Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3, Mission Uprising ist angesagt und ich muss gleich glaube ich nach den Imgassern ein bisschen runterdrehen. Ja die haben wir schon gesehen in Sequenz. Sie müssten gleich hier unten liegen wo sein. Wen? Was sind wen? Oh kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Imsi! Gut. Gut. Eben. Öl. Audio. So. Weg. Seffsing. So. Und noch ein. Ja das stimmt. Da wird's nur so kriechen. Achtung! Wird los, die Amerikanischen Soldaten. Katastrophen, hielt da an. Na pisse ich. Wird los, die Amerikanischen Soldaten. Katastrophen, hielt da an. Hm, what's the fuck. Komplos! 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 Oh Ja, das hat euch noch perfekt geklappt Zack und zack Ja, schweiß ich noch nicht mehr an Dieser Iga zwölf Mach ich den LOL So Ne, ich nehm doch lieber mal ne alte Wird wohl besser sein Wo ist die? Die? Ne, das ist diese ganz blöde Die Standardwaffe von denen Aber wo zum? Sega zwölf, AK Standardwaffe Na super Kann ich mit dieser Iga nehmen Dass man ne alte nicht mehr gibt Muss doch noch irgendwo hier Das ist doch unfair Ah ja Ah ja Ah ja Wann ist das AKS oder AK? Okay, ich hoffe Weiter geht's Ja, echt Ja Das ist doch Wann ist das? Ja, jetzt 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 Ja, jetzt Wann ist das? Ja, jetzt Wann ist das? Ja, jetzt Jetzt müssen wir Das ist ja Wann ist das? Ja, jetzt Wann ist das? Untertitelung des ZDF, 2020